Sie haben eine neue Nachricht. Heute 14.53 Uhr. Ja, ja, ja. Grüße, Herr, was du nichts ist. Ich rufe... Was wollte ich sagen, Herr Referent? Was? Wie wen? Was rufe ich an? Also, Herr Präsident, Sie wollten dem Herrn, was du nichts ist, allen seinen Leserinnen und Lesern und allen, die hinter ihm stehen, ein frohes Fest wünschen. Ah ja, genau. Es ist mir ein persönliches, also es ist mir selbst ein persönliches großes Anliegen, dass ich Ihnen, dem Herrn, was du nichts siehst, und den Lesern und Leserinnen und allen, die, die dahinter stehen tun, also ein gesegnetes und ein frohes Fest wünsche. Und, falls ich Sie bis dort nicht erreiche, auch gleich einen guten Rutsch. War das das? Und war das alles, Herr Referent? Ja, Herr Präsident, das war alles. Nein, das war alles. Und dann auf Wiederhören. Ja, Herr Präsident, das war alles. Ja, Herr Präsident, das war alles. Untertitelung des ZDF, 2020